Das Soccer Team lädt zum digibet.com Hallenmaster nach Innsbruck. Am 7. und 8. November messen sich 32 Hobby-, Freizeit- und Betriebsmannschaften in der Sporthalle Hötting-West. Neben drei Fußballdressengarnituren warten schöne Sachpreise und der große Wanderpokal auf die erfolgreichen Teams. Infos zum Turnier gibt es im Internet unter www.soccerteam.at. Das Soccer Team freut sich aber nicht nur auf schöne Spiele, sondern auch auf zahlreiche Fans. Die traditionellen Spenden aus dem Turnier gehen an die Kinderkrebshilfe Tirol und an den Verein Play4Help zugunsten Mukoviszidoser kranker Kinder. digibet.com Hallenmaster am 7. und 8. November.